Willkommen bei ExpenseBrain. Mein Name ist Michael Zwickl und ich bin der Geschäftsführer. Wir haben heute den 26. November 2020. Deutschland und Österreich befinden sich im Lockdown. Und wir haben aber das Problem, dass wir unseren Schweizer Freunden eine wichtige Nachricht zukommen lassen müssen. Und zwar haben wir für Yokoi einen neuen Anbieter für Systeme zur Reisekostenabrechnung. Unser Zertifikat als Startup des Jahres. Ja, wir haben hinter uns die Schweiz mit dem Alpsteinmassiv im Appenzell, den Hohenkasten und den Zentis. Und wir haben uns gedacht, da ja die Post geschlossen hat und unseren Brief nicht annehmen kann und vielleicht auch nicht versendet wird, schicken wir unseren Schweizer Kollegen in Zürich eine Luftpost. Was ist das hier? Wir haben hier das Startup of the Year 2020 von ExpenseBrain via Papierfliegerpost zu uns hier in Zürich im Technopark erhalten. Wir bedanken uns hier für diesen wunderbaren Preis. Wir konnten schon einige Projekte mit ExpenseBrain umsetzen. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir als unabhängiger Tester von ExpenseBrain diese Auszeichnung bekommen haben. Vielen Dank!